Wenn sollen wir Arden rufen? Sollen wir Rose an? Ja, ich fahre sie um 8 Uhr ein. Ich schaffe um 8 Uhr. Ich wache Nathan auf. Ich bin müde. Reiß mich. Ist das die Rose? Ja. Trifft du uns ins Kino? Wie ist das Wetter? Das Wetter ist heiß und die Sonne scheint. Ich empfehle es schwimmen gehen. Wie viel Grad haben wir heute Tag? Wir haben 33 Grad. Es ist trocken. Wie viel Grad haben wir am Nachmittag? Wir haben 21 Grad. Wir gehen halbwegs los. Den Tag sehen wir fern. Wir sehen euch um 8 Uhr. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald.